...Zeiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Das ist nicht gut. Ich weiß. Sehr treffend formuliert. Toll. Wie, wie der Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht... Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Was ist denn los? Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Was? Hören Sie mich da drin, Brad Easton, Alice? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir. What? Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Was ist jetzt schon wieder los? Oh, fuck. Bitte nicht. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick. Ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow. Los. Zurück in die Zelle, Stephen King. Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Le... Moment mal. Das kenne ich. Tja. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. Lass mich mal durch... In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Okay, nehmen wir die noch mit. Oh Mann. Ohne Licht, habt mir keine Chance. Gut, dass es abgeschlossen ist. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Das ist sehr gut. Oh Gott. Mal kurz... Ah, Mann, meine Maus ist viel zu schlafen. Mal kurz schnell. Was gibt es hier? Leuchtwackeln. Leuchtwackeln. Oh Gott. Was ist hier mit der Maus los? Also ich habe sie auch schon aufs Langsamste eingestellt. So. Ja, Leute. Alles super. Ich möchte nur kurz ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es ja Sachen. Vielleicht gibt es hier Sachen, die ich brauchen könnte. Hier sowas wie so eine Thermosflasche. Ich meine, Tee für unterwegs ist schon wichtig. Ich komme doch schon. Stress in meine Netze rum. Gleich da. Ich mache erst mal das. Ich mache das hier an. Schnell. So, gut. So, jetzt lass mich mal hier... Machen wir mal du auf. Es ist immer die gleiche Animation, oder? Wie hat sie das jetzt? Es ist okay. Viel ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen sie von mir? Ich hatte aber eine größere Treschenhandlung. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los. Gehen wir zurück zu ihrem Freund. Ja. Find ich gut. Wheeler, Sie müssen hierbleiben. Was? Nein. Wir machen den Heli startklar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche ihre Hilfe. Gut. Okay. 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 Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay. Gehen wir Wake. Ja. Finde ich gut. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendeine Bescheid? Glaubst du, dass es sinnvoll ist? Obwohl, ja doch. Ich glaube, mit einem Kater hast du echt gut übelst Fresssucht. Mist. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schreibkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir decken. Ich sag doch, ich muss rüber. Alle Obsessor hier durchquetschen. Ich sehe, dass da dieser Spurm ist. Ob das interessiert mich voll nicht? Weil ich hier trotzdem hochkomme. Triple D. Oh dear. Oh dear Triple D. No Spurm for you. Ich bin gleich da, Mädel. Siehst du mich noch? Ja, oh Gott. Natürlich. Bitch. Oh, oh what? Was war das? Warum? Na, immer hier. Ich dringe dich an. Tschüss. 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 Ich weiß, ob ich... Genau, es dauert ein bisschen. Ich bin nicht so schnell. Alter, Mann unser. So, drücke mal. Ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Was machst du da? Oh, Mist. Das tut weh. Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Okay. Ich liebe erst mal das Ding, bevor mir das unter Ohren fliegt, ne? Aua. Aua. Dann gemischen. Aua. Drehtechnisch bin ich voll schlecht ausgestattet. Aua. Ist auch schlecht ausgestattet. Bleib mal nach, Junge. Und dann... Drehtechnisch bitte auch. So, was sind wir jetzt hier? Aufpassen! Okay. Gibt's auch bestimmt irgendwas schön. Oh, was? Ich find's gut, dass wir auch mal quasi zu zweit hier lang ran. Weil das ist schön nicht so einfach. Okay, gut. Hier gibt's nämlich was. Warte mal, wo gibt's denn das hier? Ist hier was? Ach. Whatever. Let's go. Hey ho. Oder so. Ähnlich. Okay. Kann ich hier rein? Ja, cool. Ist die besser? Ist die besser? Zur Hochleistung. Ja, nehmen Sie mit bitte. Dankeschön. So, da haben wir noch ein bisschen Money. Money, die ich nicht brauch, toll. Hm. So, ganz spontan. Mir gerade eingefallen. Oh, das ist ja ähnlich. Und ich fand New Yorker unhöflich. Haha. Bist du ein Beatz-Bonesen, Alter? Das find ich voll zum Feuern. Nee, eigentlich nicht, aber... Wir sind voll... Hau, stell aus, du bist du Bitch. Hau sie? Ja. Okay, gut. Mal auch Button pushen. Und das noch mit. Natürlich kannst du das einfach so aufschieben, du wirst mich schon mal verarschen. Ich hoffe... Ich hoffe, Sie sind das alles wert, Wake. Natürlich bin ich das wert, hallo? Ich bin voll special. Hallo. Wake, hier drüben! Hier ist Licht! Oh! Wo ist sie denn? Nicht drin? Nee. Alter Mädchen, was auf mich! Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Hi. Oh, Ellen! Das ist wie so ein... Bisschen Krüppel einfach mal. Au! 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 Alter, Falle, was ist denn los hier? Schau mal da! Du wirst mich wohl verarschen! Du wirst mich wohl verarschen! Echt! Jetzt muss ich wieder halb tot hier. Oh, was? Oh, nee! What? Oh, what? Oh, what? What? Okay. Ich glaube, wir haben's. Ah, hier ist plötzlich ganz schnell aufschließen, ja? Ja. Finde ich gut, aber, ne? Merkwürdig. Wurde mal drüber nachdenken. Ich meine, ich bin froh, dass ich hier nicht alleine rumgucke, weil hier sind schon zu viele Leute. Und dass sie über Emulsion und so rumliegt, ja? Das ist schon fraglich, Mädchen. Die denken, du bist Polizistin und musst mal drauf achten, dass die Leute nicht so viel Schusswaffe haben. Ist... Ich. Ich. Ich hab heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wär's, wenn ich die Schlüssel suche und sie schmoren? Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Okay. What? Ich nehm' an, die sind hier drin. Das nehm' ich einfach deswegen an, weil dieser Typ drin war. Ah, ne, will ich nicht. Nö, seh' ich gar nicht ein. Helf. Aber offenbar hab' ich die... Muni nicht dafür. Oh, Ellen! Manchmal. Ich sag's dir manchmal. Könnt's dir einfach nur wehtun. Ah, ich glaub' es würde keinem von uns helfen. Hier ist noch ein bisschen Leuchtfackeln. Find's gut. Was gibt's hier? Wir waren schon drinnen. Was ist denn hier? Hä, wir sind doch richtig, irgendwie. Ja, irgendwo, nee. Hä? Alle, Ellen, komm, jetzt hier. Hier. Oh, das ist wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Alles meins. Sehr gut. So. Ah, das Weg. Barry? Barry? Wieso ist er nicht drin? Wirklich? Das ist wichtig.